6. Dezember, Gran Canaria, Monterojo. Ist das nicht schön? Da wird die Sonne kommen. Wir haben heute Feiertag. In Deutschland ist Nikolausi. Hier unten gibt es auch Geschenke. Guckt mal, da ist sie wieder. Ist das nicht der Hit? Ich wollte nur sagen, gestern oder vorgestern waren sie wieder mit zwei Autoservicetechnikern da. Da kommt die Sonne. Sie wird irgendwie gleich erscheinen oder so. Wie gesagt, ich glaube jetzt ist es 7.35 Uhr. Könnt ihr selber nachgucken, wann Sonnenaufgang ist. Und da ist der Hit. Aber ich gehe arbeiten. Dann bin ich hier weg. Dann muss ich keine Kopfschmerzen kriegen. Obwohl, es geht langsam los. Ich wünsche euch was.